2024 wird das Jahr der Investoren und insbesondere wenn du Geld verdienen willst, ob das nun mit Bitcoin, Krypto oder Aktien ist, bedenke nur, dass in den letzten 12 Monaten der S&P 500 bereits um satte 26% gestiegen ist und neue Allzeithochs erreicht hat. Der Immobilienmarkt ist auch in den USA in den letzten 9 Monaten in Folge auf ein neues Rekord hochgeschossen, obwohl das viele nicht dachten. Bitcoin hat sich aufgrund der Hoffnungen eines Bitcoin ETFs mehr als verdoppelt und der Kryptomarkt fängt langsam an zum Leben zu erwachen und viele freuen sich darauf. Aber mal im Ernst, auch wenn das letzte Jahr für alle, die weiterhin investiert haben, unglaublich lohnend war, insbesondere jetzt, gibt es viel, was in 2024 passieren könnte und worüber wir unbedingt reden müssen. Es stehen mehrere Ereignisse an, die einen riesigen Einfluss auf so ziemlich alles haben werden. Deshalb hier ist mein genauer Investitionsplan, was wir aus der Geschichte am besten lernen können, was uns die Geschichte am wahrscheinlichsten sagt, was im nächsten Jahr, also in 2024 mit Aktien, Kryptowährungen und so weiter passieren wird. Die Warnzeichen, auf die du achten solltest und schließlich, was du gegen all das tun kannst, um dich bestmöglich zu positionieren, sobald du den Like-Button drückst und abonnierst, da du dadurch entscheiden kannst, welche Videos du anschauen willst. Ansonsten macht das nämlich YouTube für dich. Und wenn du dich für finanzielle Freiheit durch Krypto interessierst, dann klick auf den Link in der Beschreibung unterhalb des Videos. Also um zu starten, was dieses Jahr so viel anders macht als das letzte Jahr, also 2023, ist die Tatsache, dass wir völlig entgegengesetzten Bedingungen als in 2023 gegenüberstehen, insbesondere in den USA. Wir fokussieren uns da ja auch nicht auf Deutschland oder die deutsche Wirtschaft. Da wird es noch um einiges schlimmer werden, bis es wieder besser wird. Vielleicht wird es besser, falls wir einen Regierungswechsel in den USA sehen. Doch wir wissen das natürlich nicht, aber zum Glück kann man bei Kryptowährungen und Aktien international investieren und dadurch auch Gewinne machen. Bedenke nur, dass in den letzten zwei Jahren die Zentralbank der Vereinigten Staaten von Amerika die Zinssätze erhöht hat, um der Inflation entgegenzuwirken. Und jetzt sehen wir zum ersten Mal seit Anfang 2022 einen Rückgang dieser Zinssätze. Zusätzlich dazu markiert 2024 ein Wahljahr in den USA, was tendenziell ziemlich volatil sein kann. Doch natürlich wird die aktuelle Regierung vermutlich alles bis zur Wahl in Bewegung setzen, dass die Wirtschaft so richtig boomt, um ihre Wiederwahl im Grunde genommen zu sichern. Mal schauen, ob das Ganze dann auch klappt. Und ein weiterer Regierungsstillstand droht in den USA in wenigen Wochen. Aber dieses Mal wird es schwieriger sein, das Problem noch weiter hinaus zu zögern. Ähnliches können wir natürlich auch in Deutschland sehen. Und am wichtigsten ist, dass fast jede Anlageklasse gestiegen ist, immer weiter gestiegen ist oder sogar nahe ihrem Allzeithoch ist. Und die Investoren sind daher beunruhigt und fragen sich, wie viel höher das Ganze noch gehen kann. Ehrlich gesagt, all das ist verwirrend, denn obwohl das letzte Jahr stark den Investoren zugute kam, steigen die Preise nicht ewig konstant, ohne einige Dellen auf dem Weg. Also Crashs, um genau zu sein. Nicht zu vergessen, wenn du dir den Markt der letzten zwei Jahre ansiehst, war er im Grunde genommen komplett flach, also Seitwärtsbewegung. Also in Bezug darauf, wo wir beginnen sollten, fangen wir hier am besten an. Der Aktienmarkt. Zuerst einmal zeigen Studien, dass der durchschnittliche Anleger absolut schrecklich im Investieren ist. Statistisch gesehen erreicht die typische Rendite, die die meisten Leute erzielen, gerade mal etwas höher als die Inflationsrate. Und wenn du dir nicht die Zeit nimmst, dies zumindest zu verstehen, wirst du keine Antwort darauf haben, worauf du achten musst. Es beginnt alles hier. 2014 veröffentlichte Business Insider einen Artikel, der erklärt, warum der Durchschnittsinvestor so schlecht abschneidet oder sogar Geld verliert. Trotz steigender Preise. Nur zur Info, dieser Artikel wurde geschrieben, als der S&P 500 gefallen war. Trotzdem war dies im Rückblick eine der besten Gelegenheiten, in den Aktienmarkt dann einzusteigen bzw. in den Aktienmarkt zu investieren. Und der Durchschnittsinvestor verkaufte jedoch stattdessen und wartete darauf, dass sich der Markt erholte und verpasste dadurch einige der besten Momente des ganzen Jahrzehnts. Ich meine, wir haben wahrscheinlich alle das gleiche Diagramm gesehen, jedenfalls Investoren. Und auch was passiert, wenn man während der besten Tage der letzten 20 Jahre nicht am Markt ist bzw. investiert ist. Aber was ich persönlich am überraschendsten fand, ist, dass in diesem Zeitraum nur 40 Tage dafür verantwortlich waren, ob du Geld machst oder auch verlierst. Das ist alles und wie man sagt, verursacht das Verpassen dieser Tage so viel Schaden, weil diese nicht erzielten Gewinne sich während des restlichen Anlagezeitraums nicht vermehren konnten. Das gilt natürlich auch bei Bitcoin und Kryptowährungen und dort noch viel, viel mehr. Wie du sehen kannst und auf einer praktischen Ebene, haben sie sogar die Fondszuflüsse analysiert, um genau herauszufinden, warum Investoren den Markt so stark unterbieten. Und wie du dir wahrscheinlich auch denken kannst, haben sie herausgefunden, dass die Zuflüsse am aggressivsten waren, als die Märkte ihren Höhepunkt erreichten und die Abflüsse zunahmen, als die Märkte in der Nähe ihrer Tiefststände waren. Mit anderen Worten, Investoren kauften konsequent überbewertete Vermögenswerte und verkauften unterbewertete. Also kaufen hoch und verkaufen tief. Was bedeutet das also praktisch für 2024? Deshalb habe ich den Aktienmarkt immer als langfristige Anlagestrategie mit Geld betrachtet, jedenfalls in der Vergangenheit, das ich nicht vorhabe, für mindestens 20 bis 30 Jahre anzurühren. So machen die täglichen Schwankungen im Grunde genommen keinen Unterschied, insbesondere auch hier bei Bitcoin. Und wenn du herauszoomst, wirst du sehen, dass es ziemlich profitabel ist, investiert zu bleiben, insbesondere bei Bitcoin. Eine Möglichkeit, potenzielle Renditen zu analysieren, besteht ebenfalls darin, sich den sogenannten rollierenden 20-Jahres-Zeitraum des S&P 500 anzusehen, der im Grunde genommen einen Schnappschuss erstellt, um genau zu bestimmen, wie viel Geld du in jedem einzelnen Zeitrahmen gemacht hättest. Überraschenderweise hat man festgestellt, dass in den letzten Jahrhunderten eine 20-jährige Halteperiode noch nie Geld verloren hat. Die Realität ist aber, dass die schlechteste 20-Jahres-Rendite 1948 bei knapp unter 4% pro Jahr lag, während das beste Jahr 2001 begann mit einem Markt, der mehr als 16% pro Jahr verdiente. Es scheint also, als würdest du in den meisten Jahren irgendwo zwischen 7 und 10% verdienen. Aber kurzfristig ist die ehrliche Antwort, dass alles passieren kann. Und jetzt befinden sich die USA in einem Wahljahr. Wenn wir historisch auf die letzten 70 Jahre in den USA zurückblicken, sehen wir, dass in Wahljahren im Oktober der Markt durchschnittlich um etwa 1% fällt. Die gute Nachricht hierbei ist aber, dass im Durchschnitt alle diese Verluste in den Monaten November und Dezember wieder ausgeglichen werden. Was alle Verluste, die zuvor auftraten, komplett umkehrt. Noch überraschender ist, dass Wahljahre insgesamt gar nicht so schlecht sind. Wenn wir uns beispielsweise das Jahr 1928 anschauen, sehen wir, dass der Markt 19 von 23 Mal während des gesamten Wahljahres gestiegen ist. Das bedeutet zwar nicht, dass die vergangenen Leistungen jedes Jahr immer wieder passiert, aber es deutet darauf hin, dass du, wenn du investiert bleibst, öfters als nicht davon profitieren wirst. Und Studien haben ebenfalls auch gezeigt, dass der S&P 500 bisher immer positiv im Jahr nach einem 10%igen Rückgang und einem 10%igen Gewinn war. Was bedeutet, dass 2024 ein weiteres fantastisches Jahr für Investoren sein könnte bzw. werden könnte. Und wenn die Vergangenheit ein Indikator ist, besteht eine gute Chance, dass wir 2024 eine positive Entwicklung sehen. Bei Aktien gibt es aktuell nur noch eine, in die ich investiert bin. Ansonsten ist der Aktienmarkt aktuell zu uninteressant für mich. Natürlich Kryptowährungen finde ich hier viel, viel spannender und insbesondere Bitcoin. Insbesondere auch im Hinblick auf die Möglichkeit, lebensverändernde Summen an Geld in kurzer Zeit zu verdienen. Daher gehören Bitcoin und Kryptowährungen definitiv in ein ausgeglichenes Portfolio mit rein. Zuzüglich beispielsweise Aktien und Gold. Abhängig natürlich auch von deiner Risikostufe. Und glaub mir, im Bullenmarkt kannst du aus wenigen Euros in Kryptowährungen eine große, vielleicht sogar lebensveränderte Summe Geld verdienen. Bei einem Aktien- oder Fondsparplan ist das natürlich hier fraglich. Wenn aber auch sicherer. Obwohl, wenn ich mir Wirecard anschaue, egal. Das ist natürlich keine Finanzberatung. Und wenn du dir durch Krypto finanzielle Freiheit aufbauen willst, dann klick auf den Link in der Beschreibung. Unterhalb des Videos. Okay, jetzt wird es wirklich interessant, was die Zukunft des Immobilienmarktes in den USA betrifft. Schau, es ist keine Überraschung, dass die letzten drei Jahre für jeden, der Immobilien kaufen wollte in den USA, unglaublich herausfordernd war. Ebenfalls natürlich auch in Deutschland. Die Zinssätze haben neue und bestehende Hausbesitzer eingebunden und ein Angebotsmangel hielt. Die Preise hoch und Zinserhöhungen haben die Wohnungsbezahlbarkeit absolut zerstört. Aber in 2024 könnte sich das beginnen zu ändern. Warum? Nun, der 30-jährige Hypothekenzins wird voraussichtlich sinken, da die Zentralbank der USA wieder anfängt, die Zinsen zu senken. Oder genauer gesagt, es wird erwartet, dass wir in den nächsten zwölf Monaten drei Zinssenkungen der Zentralbank der USA sehen werden. Und schließlich haben wir das letzte Thema, dass es wert ist, besprochen zu werden. Das sind alternative Anlagen, einschließlich Bitcoin und Kryptowährungen. Und in Bezug zu Bitcoin kann ich sagen, dass ich den Markt natürlich beobachte oder die Nachrichten. Aber im Grunde genommen kaufe ich Bitcoin und verkaufe Bitcoin nicht. Warum auch? Erstens bietet Bitcoin aufgrund seiner begrenzten Verfügbarkeit und seiner dezentralen Natur eine Art digitales Gold im Gegensatz zu Fiat-Geld, dessen Menge von Zentralbanken gesteuert und inflationär erweitert werden kann, ist die Menge an Bitcoins durch das Netzwerkprotokoll auf 21 Millionen begrenzt. Diese Knappheit kann Bitcoin vor Inflation schützen, ähnlich wie bei Gold, das auch wegen seiner Seltenheit und Schwierigkeit der Gewinnung wertvoll ist. Zweitens ist Bitcoin als digitale Währung besonders anpassungsfähig und global einsetzbar. Es ermöglicht schnelle, grenzüberschreitende Transaktionen mit relativ geringen Gebühren, unabhängig vom traditionellen Bankensystem. Dies kann besonders vorteilhaft sein in Ländern mit instabilen Währungen oder in Situationen, in denen traditionelle Finanzsysteme nicht zuverlässig sind. Drittens, wie im Video angesprochen, hat Bitcoin in der Vergangenheit beträchtliche Wertsteigerungen erfahren, was es zu einem potenziell attraktiven Investitionsobjekt auch macht. Obwohl die Kryptowährung volatil ist und das Risiko von Wertverlusten weiterhin besteht, haben Investorinnen, die frühzeitig in Bitcoin investiert haben und auch jetzt noch investieren, oft erhebliche Gewinne erzielt und erzielen sie auch noch. Im Jahr 2023 ist der Preis von einem Tief von knapp 16.000 Dollar pro Bitcoin auf jetzt mehr als 42.000 gestiegen, was es zu einer der renditestärksten Anlagen macht. Das ist an sich schon ziemlich bedeutend, denn die durchschnittliche Kostengrundlage der Investoren wird mit rund 33.000 Dollar pro Bitcoin angezeigt, was bedeutet, dass der Durchschnittsinvestor nun bei Bitcoin in der Gewinnzone sich befindet. Dazu kommt noch, dass sogar der Bitcoin-Bulle MicroStrategy wieder im grünen Bereich sich befindet mit einer Kostenbasis von 31.000 Dollar pro Bitcoin. Was die Zukunft betrifft, so glauben einige Analysten sogar, dass die Begeisterung um den Bitcoin-ETF bereits eingepreist ist und dass die Preise fallen könnten, wenn der Bitcoin-ETF genehmigt wird. Und selbst wenn es so ist, werde ich nicht verkaufen, sondern eher noch weiterhin akkumulieren. Ich sehe keinen Schaden darin, regelmäßig Bitcoin zu kaufen, wenn du dir das leisten kannst. Und wenn du Bitcoin kaufst, hilft es wahrscheinlich eine sehr langfristige Perspektive zu haben. Meine gesamte Anlagestrategie ist wirklich einfach. Erstens, ich gehe meine Ausgaben durch und reduziere unnötige Ausgaben. Zweitens, investiere ich regelmäßig, was in meinem Fall regelmäßig in Kryptowährungen und natürlich auch in Bitcoin ist. Dadurch konnte ich mein Portfolio in der letzten Zeit verdreifachen. Offenfalls investiere ich auch etwas Spielgeld in Kryptowährungen und konnte bei einigen sogar 1,20x erreichen. Und natürlich habe ich auch noch etwas Bargeld, um bei potenziellen Rücksetzern mehr zu kaufen. Das war's. Es ist wirklich einfach sehr leicht zu befolgen. Mit dem Gesagten danke ich dir fürs Zuschauen. Wenn es dir gefällt, fühl dich frei, den Like-Button zu drücken und zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Und wenn du dich für finanzielle Freiheit durch Krypto interessierst und vielleicht auch in Pre-Sales investieren möchtest und viele andere Dinge, dann klick auf den Link in der Beschreibung unterhalb des Videos. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.